Bürgerversammlung in der Gemeinde Holdorf. Die erste im Jahr 2017. Mehr als 40 Gäste folgen der Einladung des Bürgermeisters. Er resümiert über das vergangene Jahr. Das Jahr 2016 war außerordentlich intensiv, vor allem durch die drei wichtigen Entscheidungen, die wir getroffen haben. Es ging darum, dass wir mit 40 Hektar Gewerbeland uns weiterentwickeln wollen, für die Zukunft aufgestellt sind. Dann haben wir neue Wohnbaugebiete erschlossen. Dadurch, dass wir die Flächen erworben haben, muss natürlich noch die Bauleitplanung hinterherkommen. Und als drittes geht es darum, die gewerbliche Entwicklung für die Zukunft zu sichern. Und auch da haben wir entsprechende Grundsteine gelenkt. 2016 gab es natürlich noch weitere Highlights. US-Präsident Barack Obama fliegt tatsächlich über die kleine Gemeinde und 560 Holdorfer zeichnen einen Windsparbrief. Außerdem findet auf dem Schulhof der Grundschule ein großes Integrationsfest statt und der Gemeinderat wird neu gewählt. So kann man sich nicht wundern, dass der Bürgermeister auch für das Jahr 2017 klare Vorstellungen formuliert. Die Aufgabe für 2017 besteht darin, dass wir Holdorf genauso weiterentwickeln und genauso zügig und zielstrebig voranbringen, wie wir es in 2016, in 2015, in 2014 getan haben. Wenn uns das gelingt und wir den Zuzug an Bevölkerung und den Wunsch auch nach weiteren Wohnbaugebieten und nach Gewerbegebieten verträglich miteinander besprechen und auch lösen, dann haben wir unsere Arbeit gut gemacht. Aber da bin ich sehr optimistisch. Zurück zur Bürgerversammlung. Fragen, Anregungen und Diskussionen mit den Bürgern sind hier gerne gesehen. Und die haben ganz konkrete Wünsche an die Gemeinde. Für die Gemeinde wünsche ich mir natürlich, dass dieser positive Effekt, den wir eben gerade von Dr. Kuh gehört haben, weitergeht. Ich wünsche mir, dass die Landstraße, die durch Holdorf geht, dass die verlegt wird in die Industriestraße. Dass wir mehr Verkehrsberuhigung bekommen. Das finde ich sehr wichtig für uns. Und ich wünsche mir, dass wir möglichst schnell die beiden Baugebiete, die wir haben, Herbert-Klosestraße und auch das Baugebiet Sonnenkamp, baureif bekommen, dass die jungen Leute anfangen können. Anfragen sind auf jeden Fall genug da. Werfen wir einen kleinen Ausblick auf 2017. Zur optischen Verbesserung und einer effektiveren Verkehrsführung soll der Heidesee eine neue Fassung bekommen. Und der Bau von gleich zwei neuen Kindergärten steht auf der Agenda. Sie haben viel vor. Die Heudorfer und ihre Gemeinde. Ihr Talent ist auf jeden Fall wellness. Vielen Dank.